Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christine von Create a Smile und in unserer Videoreihe über Kartenaufbau sprechen wir heute mal über wiederholende Motive. Eins vorweg, ich muss mich heute bei euch entschuldigen, denn meine Kamera über dem Schreibtisch, die von oben nach unten filmt, war im falschen Winkel ausgerichtet und deshalb habt ihr hier nur einen quadratischen Bildausschnitt. Ich bitte euch, das zu entschuldigen. Allerdings war es so, dass ich das Bildmaterial zu schade fand, um das jetzt einfach zu löschen und alles neu zu machen. Deshalb kriegt ihr das jetzt einfach in dieser Qualität geliefert. Es tut mir leid, nächste Woche dann wieder richtig. Ich möchte heute eine Karte machen, auf der sich Motive wiederholen und habe mich deshalb für eine Slimline-Karte entschieden, also eine Karte im DIN-Lang-Format. Das hätte ich nicht machen müssen, weil man kann dieses Prinzip der wiederholenden Motive auch auf einer A6-Karte benutzen. Allerdings ist der Fuchs, den ich benutzen möchte, der ist aus dem letztjährigen Adventskalender und den gibt es jetzt auch so im Shop. Und der ist so groß, dass ich den nicht so oft nebeneinander hätte stempeln können auf einer A6-Karte. Ich wollte aber wirklich mehrere Motive nebeneinander. Das ist für das Auge immer harmonisch. Wiederholung bringt Ruhe rein so ein bisschen. Und Wiederholung lässt das Ganze eben auch vernünftig zusammenpassen. Dadurch habt ihr so ein harmonisches Bild, um das Ganze interessanter zu gestalten, macht es aber manchmal Sinn, ein Motiv besonders hervorzuheben. Das kann sein, indem ihr das besonders koloriert, indem ihr es anders koloriert, indem ihr dem einen Rahmen gibt oder, so wie ich das hier mache, es verschwinden lässt. Also bei mir ist es heute so, dass einer der Füchse fehlt. Und um das zu erreichen, brauchen wir Masking-Tape oder, so wie ich das hier benutze, Etikettenpapier. Ich habe jetzt hier mehrere Schichten Etikettenpapier übereinander. Das ist wirklich ein ganz, ganz günstiges Etikettenpapier. Ihr könntet aber auch einfach mehrere Schichten Post-it-Tape übereinander kleben oder mehrere Post-its übereinander kleben. Und dieses Etikettenpapier schneide ich nun in mehreren Lagen übereinander aus, einfach weil ich da ein bisschen faul war. Ich hatte jetzt keine Lust, den Fuchs fünfmal zu stempeln und jedes Mal auszuschneiden. Deshalb habe ich ihn nur einmal gestempelt, die Schichten übereinander gelegt und das dann ausgeschnitten. Ihr werdet übrigens heute einiges davon lernen, wie ich meine Fehler behebe. Und das hier war Fehler Nummer eins. Ich hatte einen kleinen Tintenklecks. Den habe ich mit meinem Sand-Eraser weggemacht. Das ist so ein Schmirgelradierer und damit geht das ganz gut. Allerdings raut der die Oberfläche vom Papier an und deshalb wird das Papier an der Stelle nachher die Farbe des Inkblendings anders aufnehmen. Das ist aber kein Drama, weil das sowieso ein bisschen fleckiger Hintergrund wird, aus unterschiedlichen Gründen, weil ich noch mehr Fehler mache, aber auch, weil an der Stelle ungefähr der Text kleben soll. Und jetzt decke ich all diese Füchse, die ich bereits gestempelt habe auf den Hintergrund, die decke ich jetzt mit diesen Masken ab. Wie gesagt, das ist ein sehr günstiges Etikettenpapier und kein wiederablösbares. Es gibt auch wiederablösbares, aber ich zeige euch heute einen Trick, wie ich mit diesem ganz normalen, sehr, sehr günstigen Etikettenpapier, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Das kommt aus irgendeinem, ich glaube, ich habe es bei Ebay bestellt oder so. Also es ist wirklich, es ist von Sega Labels, glaube ich. Sega Labels hat auch eine Homepage und da kann man 500 Blatt für ein paar Euro kaufen. Also das lohnt sich wirklich, weil es so viel günstiger ist als Maskingpapier. Und jetzt seht ihr, dass ich eine dieser Masken auch in die Lücken zwischen den gestempelten Motiven geklebt habe, weil ich so den Eindruck erwecken möchte, dass da ein Fuchs fehlt. Das heißt, der Hintergrund muss um diesen Fuchs herumfließen, damit man hinterher die Lücke erkennen kann. Und jetzt habe ich mir drei Distress Inks genommen, mit denen man einen super Regenbogen hinbekommen kann, nämlich Gelb, Magenta und Blau. Das Magenta, da habe ich mich jetzt für Picked Raspberry entschieden. Ich finde, das ist so ein relativ kräftiges Pink, das aber, wenn man es eben mit Gelb mischt, auch ein wunderschönes Orange ergibt und wenn man es eben mit einem Blauton mischt, auch ein wunderschönes Lila. Und so kann ich eben den ganzen Regenbogen gestalten. Und jetzt habe ich mich da einfach so durchgeblendet, von Gelb nach Pink nach Blau und dann wieder zu Gelb, damit ich da eben auch noch so eine grüne Nuance drin habe. Und das, ja, habe ich dann so einfach über diese Masken gemacht. Da habe ich immer geguckt, dass die wirklich auch an den Öhrchen kleben, dass ich da also nicht drunter wische, das war schon wichtig. Und diese Flächen, wo die Masken jetzt kleben, die nehmen jetzt natürlich keine Farbe auf, was super ist, weil ich dann die Füchse hinterher ganz sauber kolorieren kann. Es macht deshalb Sinn, dass ihr eure gestempelten Motive eher an der Innenseite der schwarzen Linie ausschneidet, damit ihr wirklich keine weißen Kanten habt hinterher. Hätte ich die jetzt ein bisschen an der Außenseite der schwarzen Linie ausgeschnitten, hätte das sein können, dass die Farbe beim Blenden nicht ganz bis an die Kante des gestempelten Motivs kommt und ich dann da so kleine weiße Ränder habe. Das wollte ich nicht und deshalb habe ich wirklich an der Innenseite der schwarzen Linie ausgeschnitten. Um den Hintergrund noch ein bisschen aufzupeppen, wahrscheinlich hätte ich es gar nicht gemusst, habe ich aber jetzt den Cobblestone-Stencil genommen und mit den gleichen Farben in den gleichen Regionen nochmal drüber gewischt. Ihr seht ja, dass der Stencil zu kurz ist für die ganze Fläche. Allerdings ist das bei dem Muster gar kein Problem. Den kann man dann einfach hochheben, bewegen und weiter benutzen. Jetzt habe ich den nächsten Fehler gemacht. Ich habe den Stencil abgewischt und dann mit der feuchten Seite, warum auch immer, auf das Papier gelegt. So, wer Distress Inks kennt, weiß, die reagieren mit Feuchtigkeit. Deshalb, siehe da, habe ich da versehentlich blaue Farbe runtergenommen. Sieht aber gar nicht schlimm aus, mich stört es jetzt nicht so. Sieht halt alles noch so ein bisschen unruhiger aus, ist aber völlig in Ordnung, weil ja zumindest diese Reihe von Füchsen, die auch alle in einer, wirklich in einer Reihe aufgereiht sind, ein sauberes Bild ergibt. Ihr habt vorhin gesehen, ich habe das an einem Streifen Washi-Tape ausgerichtet. Deshalb hat ein Fuchs auch, dem fehlten Stück Pfote, das zeichne ich gleich noch mit einem Memento-Marker dran, gar kein Problem. Aber so konnte ich die eben gerade ausrichten. So, jetzt mein absolut liebster Tipp, Hitze. Wenn ihr Hitze habt, dann kriegt ihr fast jedes Tape, ohne euer Papier zu zerstören, vom Papier ab. Und dieses Etikettenpapier klebt ihr eben relativ fest, deshalb habe ich es mit dem Heißluftfühen ein bisschen warm gemacht. Und dann war das gar kein Problem, das Etikettenpapier wieder abzuziehen. Und das ist so der Tipp, den ich euch auch gebe, wenn ihr Washi-Tape zu fest auf dem Papier kleben habt, wenn ihr Malerkrepp zu fest auf dem Papier kleben habt, wenn ihr einen Sticker irgendwo hingeklebt habt, wo ihr den nicht mehr haben möchtet. Macht das ein bisschen warm. Das hilft übrigens auch manchmal, um Etiketten von einem Marmeladenglas abzukriegen oder so. So, und jetzt habe ich mir hier, das habt ihr vielleicht gesehen, vorgezeichnet bei den Füchsen, wie ich die Gesichter machen möchte, also wie ich das Fell kolorieren möchte. Und dabei achte ich darauf, dass ich einen runden Bogen mache, weil ein steiler Bogen, der relativ schräg über die Augen weggeht, sieht so ein bisschen böse aus. Das habe ich euch gerade in so einer Comicskitzel mal kurz zeigen wollen. Und deshalb nehme ich diese Bögen relativ hoch, weil diese hohen Rundungen über dem Auge lassen den Fuchs deutlich freundlicher wirken, als das der Fall wäre, wenn ich relativ steil über den Augen zur Seite gehen würde. Ihr könnt das ja mal ausprobieren. Das ist beides möglich. Und in der einen Version sieht der Fuchs ein bisschen ernster aus und in dieser hier sieht er eben ein bisschen niedlicher aus. Und ich wollte den niedlichen Look. Deshalb habe ich mir mit einem W-Null-Marker, der wirklich sehr, sehr hell ist, eben diese Bögen schon ein bisschen vorgezeichnet, damit ich jetzt genau weiß, wo ich meine Koloration hinsetzen möchte. Wie immer liste ich euch die Farben, die ich benutzt habe, unten in der Erklärbox auf. Und hier seht ihr jetzt, dass ich eben alle Füchse auch gleich koloriere. Da mache ich keinen großen Unterschied. Ich habe mit so einem braunen Orange angefangen, arbeite mich jetzt durch die Orangetöne durch bis zu so einem blassen Orange. Und ich bin nicht sicher, ob ich es beim nächsten Mal nochmal so machen würde, weil dieses Knallorange gegen diesen sehr kräftigen Hintergrund natürlich unfassbar grell aussieht und insgesamt die Karte sehr, sehr grell ist. Aber ihr wisst ja, ich mag Knallfarben. Ich tue mich ja eher mit so pastelligen Tönen immer so ein bisschen schwer. Knallfarben habe ich hier auf jeden Fall. Vielleicht würde ich die Füchse das nächste Mal tatsächlich sogar grau kolorieren. Das Schöne an dem Fuchs, wie gesagt, der war letztes Jahr im Adventskalender. Ich weise nochmal darauf hin, dass nämlich, also ich habe den übrigens jetzt gerade auch benutzt, weil wir ja gerade so eine Adventskalender-Spezialwoche haben, auch auf Instagram, weil ja gerade unser aktueller Kalender im Verkauf ist. Bis zum 15. August könnt ihr den vorbestellen, damit es wirklich keiner verpasst. Und ich nicht dann wieder bis Dezember traurige Nachrichten kriege und keine von euch traurig sind, weil sie ihn versäumt haben, versuche ich eben jede Gelegenheit zu nutzen, darauf hinzuweisen, damit ihr den nicht verpasst. Ja, und jetzt gerade ist es eben soweit. Deshalb, also Adventskalender-Spezialwoche, habe ich diesen Fuchs auch benutzt. Und das Coole an dem ist, dass man den aber unterschiedlich kolorieren kann. Man kann ihn so kolorieren wie ich jetzt, dann ist er halt eindeutig ein Fuchs. Man könnte ihn aber auch grau kolorieren, dann sieht er eher so ein bisschen aus wie ein Fuchs, äh, wie ein Wolf, Entschuldigung, wie ein Wolf. Man kann auch eine Katze draus machen. Und ich glaube, wenn man wollte, und man würde ihn um die Augen rum sehr dunkel machen, könnte man vielleicht sogar ein Waschbär draus machen. Kann ich mir vorstellen. Das habe ich aber noch nicht probiert. Vielleicht mag einer von euch das ja mal probieren. So, und jetzt seht ihr jetzt, wo ich die Masken abgelöst habe, eben auch, dass dieser eine Fuchs fehlt. Und damit diese Lücke noch ein bisschen hervorgehoben wird, bin ich jetzt nochmal mit einem grauen Marker darum herumgegangen und habe so leichte Schatten gesetzt. Nicht zu dunkel. Ich wollte das jetzt nicht zu grell machen. Ich wollte, wie gesagt, auch keine schwarze Outline haben. Aber es soll halt schon klar sein, hier ist eine Lücke, hier fehlt etwas. Weil die Botschaft der Karte wird sein, ohne dich fehlt hier was. Und dieses ohne dich ist eben dieser Fuchs in einer Gruppe von Füchsen. Finde ich sehr passend, wenn man seine Freunde vermisst. Was ja durch Corona auch in den letzten Jahren nicht wenigen von uns so ging. Letzten Jahren, sage ich jetzt schon. Anderthalb Jahre sind es jetzt. Aber natürlich ist es immer noch alles ein bisschen schwierig. So, jetzt habe ich hier also die Schals grau koloriert, weil ich dachte, ich habe ja schon so viel Farbe. Eigentlich schon viel zu viel Farbe. Und um das nicht noch weiter auszureizen, habe ich mich für graue Schals entschieden. Und die Schals haben ja so schmale Streifen. Und die passe ich dann an, an den Hintergrund, der eben hinter diesem jeweiligen Fuchs ist. Das heißt, der Fuchs, der hinter dem, anders. Der Fuchs, der auf gelbem Untergrund sitzt, der bekommt gelbe Streifen. Der Fuchs, der auf dem pinken Untergrund sitzt, bekommt pinke Streifen und so weiter und so fort. Weil ich dachte, die Farben nochmal aufzunehmen vom Hintergrund ist schön, das macht es auch nochmal harmonisch. Und ihr wisst ja, Ziel dieser ganzen Kartenaufbaureihe ist es ja, euch ein paar Dinge zu vermitteln, wie man Karten harmonisch aufbauen kann. Es ist übrigens auch so, dass ihr diese Reihe von Motiven, die muss nicht unbedingt wiederholend sein. Ihr könntet auch zum Beispiel unterschiedliche Kaffeebecher nehmen und einen besonders hervorheben, indem ihr den auf einen Kreis setzt oder so. Da kann man unterschiedliche Varianten machen. Diese Aufreihung von verwandten Motiven macht aber auf jeden Fall Sinn. Ich habe mir jetzt hier ein Stück schwarzen Kartstock genommen, habe das ohne dich drauf weiß embossed. Und worauf ich nicht geachtet habe, das ist mein dritter Fehler heute, das war ein Stück Rest. Das habe ich aus meiner Restekiste genommen und habe mir das nicht genau angeguckt, warum es da gelandet ist. Hinterher stellte sich raus, ich habe auf diesem Stück mal gelettert, auf der Rückseite, mit so Metallicfarben, mit Metallic-Aquarellfarben. Das ist zwar wunderschön, aber jetzt guckt er gleich die Rückseite raus. Also musste ich das auch noch überdecken. Aber dazu kommen wir später. Ich habe das jetzt relativ knapp abgeschnitten, weil ich eigentlich wollte, dass es nicht über den Kartenrand hinausragt. Jetzt waren die Füchse aber so groß und der Text so groß und die Füchse auch relativ mittig platziert und nicht so weit unten am Rand des Paneels. Deshalb passte das alles nicht. Jetzt habe ich es also noch ein bisschen enger abgeschnitten und habe dann beschlossen, dass ich es einfach ein bisschen über die Karte hinausragen lasse. Das war mir lieber, als es in den Fuchs hineinragen zu lassen. Und auch, dass da so ein Ausreißer aus der Karte ist, betont eigentlich nochmal diesen Fuchs. Deshalb finde ich das gar nicht so schlimm. Also alles zieht die Aufmerksamkeit so zu dieser Lücke, die ja auch die Botschaft der Karte ist. Und deshalb macht das total Sinn. Jetzt habe ich dieses Paneel aufgeklebt und das war wieder ein Fehler, denn eigentlich hätte ich meinen Text, der da sagt, fehlt hier was, vorher drauf stempeln sollen. Ich hatte jetzt das große Glück, dass genau unter der Stelle, auf der ich stempeln wollte, was von diesem 3D-Tape war. Deshalb hatte ich einen relativ festen Untergrund. Wäre aber an dieser Stelle kein Tape gewesen, hätte ich keine Chance gehabt, das sauber aufzustempeln. Also ihr seht, mir sind so viele Missgeschicke passiert und ich konnte jedes retten. Deshalb gebt eure Karten nicht zu früh auf. Jetzt seht ihr hier die Metallic-Farbe. Ich habe mir jetzt einen schwarzen Caron Pigment-Marker genommen. Das sind ja so Acrylstifte. Das heißt, die decken wirklich sehr gut. Damit habe ich drüber gemalt und auch den Fehler behoben. Und dann war die Karte, trotz viel Missgeschicke, doch wirklich schön. Ich mag, wie sie am Schluss aussieht. Ich hoffe, euch hilft das ein bisschen weiter, auch aus meinen Fehlern zu lernen. Deshalb schneide ich sowas nicht raus. Ich möchte schon, dass ihr seht, wo ich Mucks baue. Ich hoffe, euch gefällt die Karte genauso sehr wie mir. Wir hören uns nächste Woche. Habt eine kreative Zeit.